Ihr seht schon, der Chris ist schon total aufgeregt. Heute Abend sind wir mit unserer Drei-Mädels-Show und Drei-Bläsershow in Taubobischofsheim. Hier sind die Jungs. Die haben sich auch schon richtig schick gemacht. Nur für Taubobischofsheim heute Abend. Chris, wie wird's? Ich glaube, es wird sensationell. Ich weiß nicht, was die Bläser dazu sagen. Wie geil wird's heute? Und genau so wird die Stimmung heute Abend auch dann draußen sein. Wir wünschen ganz viel Spaß mit den Bildern. Haut rein! Ja, und da sind auch schon unsere Reiszeigerin für heute. Schaut euch an. Bildschipps, Bildschipps. Da kann nix maschinen gehen, da kann nix maschinen gehen. Hey, komm! Hilfe! Hause. Schlankt und da waren, ja, ja! Wir machen das Gran. Wir machen das Gran. Hey, ey! Euch mal mehr� yacht! ancif拉 joint! Ja, wir machen das Gran. Ich bin kurz auf euch, ich hab ihn verstanden. Wenn du auf willst. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ich wette mit dir, du schaffst es nicht, diese Mini-Pups-Mandarine hier. Nein, dieses Mini-Pups-Mandarinen hier auf einmal in den Mund zu schieben und vor allem auch zu schlucken. Also, du darfst schon kauen. Nein, das vergiss es, das geht nicht. Das kauen geht echt nicht. Das geht nicht. Nein, ich mach's mal. Warum? Warum? Und jetzt kauen! Bist du gestoppt? Hast du so eine Kelle drin? Ekelig. Magie von. Nein. Boah, das knallt. Ich schaff das nicht. Wie geht das? Boah, das ganze Ding geht. Tada! Wie kann der das? Niklaus, Kreuz, jetzt bist du dran. So glücklich ist es dir immer, wenn du da reinbeißt. Was? So glücklich ist es dir immer, wenn du da reinbeißt. Oder, wenn du da reinbeißt, ist es dir glücklich. Jetzt aufmach. Und jetzt kaust einfach. Du musst einfach nur kauen. Ja. Beiß drauf. Pieper hoch. Pieper hoch. Und jetzt kaust einfach. Du musst einfach nur kauen. Ja. Beiß drauf. Pieper hoch. Pieper hoch. Jede Musiker hat ja irgendwie einen an der Klatsche. Der eine Musiker der einen an der Klatsche hat, ist er hier. Er hat mal einen Fahrradunfall gehabt und das Dumme ist, ich bin hinten drauf gesessen und habe ungefähr das gleiche. Ist jetzt halt so. 8 Sekunden. Innes, magst du auch kurz? Ja, cool! Innes, magst du auch leid? Ein Wunder, wo es ist Aus mitzunehmen Auf all den Tag Oh, endlich dein Leben Vielen Dank, meine Damen und Herren! Vielen Dank, meine Damen und Herren! Und ihr habt schweige geiles Glück bekommen!